Ja doch, ja doch! Ich würde sagen, Light, Medium, Heavy. Nee, er kann Jumppacks mehr holen, er kann die Healing Ray hegen. Okay, let's go. Let's go, Scotty. Two exceptional teams are ready to battle it up for the top spot. The team that reaches 20,000 will be crowned the winner. I've said it before and I'll say it again. Don't blink, folks. You won't want to miss a moment. Vault 1 is being opened by the overdogs. Okay, she's in the dark, she's in the dark. Yep. Yeah, he's in the dark. Our teams have really come out swinging today. And now we've got our first elimination. No more niceties out there. Yeah, he's with me too. The Kingfish will need to try again. Team wipe. They just couldn't finish strong. Get it, Scotty. Ich weiß nicht, dass er ein Schlimm ist, dass er ein Schlimm ist. Oh, der Schlimm ist auch tot. Das weiß ich nicht. Ja, du hast deine Toklas mitgebracht. Wir haben die Chancen zurückgebracht. Oh, da ist doch ein Schlimm. Okay, wir sind da... Es ist ein Schlimm. Gott, nicht zu hard pushen, super klar. Oh, das hilft immer noch besser, ja? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Komm schon, nicht zu hard pushen, Mann. Immer bei uns bleiben. Anders kann ich nicht schütten. Das ist gut. Die Overdogs machen eine bolde Statement. Mit der ersten Kache aus dem Match. Kadeutage. 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 Okay. Ah, denke ich. Ja. Kadeutage. 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 Aufhol im Land Kadeutage. thank Ads, however eine Kadeutage ist jetzt eine Kadeutage. Don't feel those lines! I'm sure I'm crying! Ouch! That's got hurt! The Overdogs only have a single contestant in the arena now! They have only one! Let's see if they are going to press. It would be a bit of a worse move, but... Let's see if they are going to press. Let's see if they are going to press. Let's see if they are going to press. Let's go! Let's see if they are going to press. Let's see if they are going to press. Let's see if they are going to press. I love this part of our show. Who will get to the new vault first? Let's see if they are going to press. Preparing explosives! C4 armed! The Overdogs are rising to the challenge! They are opening vault 3! I've got to go! It's the trap! I've got to go! I've got to go! Here, here is the trap. The trap is going to go. I'm just going to go. Ich bin der Bait. Der Bait. Ich bin der Bait. Okay, ich gehe mit dem Halt. Der ist da, was ich da? Okay, rest, rest. Ich habe mich nicht mehr auf diese Bühne, so sehr lebt, Kepa. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Okay. Ja, ja, das können wir noch haben, wenn wir in der Burt spannen. Das ist zu tun, aber wir müssen sie jetzt haben. Ich habe zwei, ich habe zwei, ich habe zwei. Ich habe zwei, ich habe zwei, ich habe zwei. Das war wirklich so ein Clutchplay, ey. Das war der letzte Wissle und das Ergebnis ist vorbei. Und jetzt, wenn wir ein Team von Contestanten werden, eine Gruppe von...